Unsere Welt ist im Wandel. Das Klima, die Wirtschaft, unser Leben. Auf diese Änderungen und die damit verbundenen Herausforderungen muss sich jede Region einstellen. Die EU hilft dabei. Mit dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE, investiert die EU in gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie in eine wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung in allen europäischen Regionen. Auch in Bayern können viele wichtige Projekte dank Fördergeldern aus dem EFRE entstehen. Dafür stellt die EU in den nächsten Jahren rund 577 Millionen Euro zur Verfügung. Die geförderten Projekte sind sehr vielseitig. Hier ein Forschungsinstitut, dort eine Hochwasserschutzanlage, hier eine kommunale Infrastruktur, die energetisch saniert wurde und hier eine Investition eines Unternehmens in Sachen Innovation und Energieeffizienz. Das EFRE-Programm setzt damit verschiedene wichtige Impulse in Bayern. Der erste Impuls ist Innovation. Bayern finanziert mit dem EFRE modernste Forschungsinfrastruktur und Fördertechnologietransfer. So gelangen innovative Entwicklungen der Hochschulen auch zu kleinen und mittleren Unternehmen, kurz KMU. Der zweite Impuls betrifft die Stärkung von KMU. Mit dem EFRE können sie ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Das neue Programm unterstützt KMU bei ihren Investitionen in Innovation, Energieeffizienz und Internationalisierung. Hinzu kommt die Förderung überbetrieblicher Bildungszentren zur Stärkung der Fachkräftebasis in KMU. Auch beim Klima- und Umweltschutz setzt der EFRE wichtige Impulse. Bayern fördert hier Kommunen bei ihren Investitionen in Energieeffizienz und finanziert die Sanierung von belasteten Brachflächen, ebenso wie die energetische Sanierung staatlicher Gebäude. Aber auch Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt und zur Anpassung an den Klimawandel sind Teil des Handlungsfeldes. Besonders bedeutend ist dabei der Schutz vor Hochwasser. Der vierte Impuls ist die Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Mit 60 Prozent geht der überwiegende Teil der EFRE-Mittel in strukturschwächere Gebiete Bayerns. Im strukturstarken Großraum München konzentriert sich der EFRE auf Klima- und Umweltschutzmaßnahmen. Die vielfältigen Projekte des EFRE bringen Bayern voran und machen es zu einem starken Partner in Deutschland, Europa und darüber hinaus. Lernen Sie unter efre-bayern.de die Fördermöglichkeiten im Einzelnen kennen.